Ja, willkommen zurück. Neue Folge oder eine weitere Folge im Assassin's Creed Unity Universum. Es ist, ich muss das trotzdem nochmal kurz sagen, trotzdem nicht einfach, hier gemeinsam mit Zipfelklatscher Doga, den ihr hier auf dem Dach seht, ja, sag mal schön hallo, ein Spiel zu starten. Weil, es ist ja so, beim ersten Mal kein Thema, man hockt gemütlich nebeneinander auf dem Dach, man fängt eine Mission an, aus irgendwelchen Gründen fällt einer in die Verbindung, wie auch immer, aber ein zweites Mal geht es dann nimmer. Nicht mit dem Freund. Nicht mit dem Freund, mit dem Bekannten oder mit der Bekannte oder wie auch immer. Es muss auf jeden Fall eine neue IP her, das heißt, für den einen oder anderen mal am Router einen schönen Kabel ziehen. Also, es ist irgendwie noch hin und wieder der Wurm drin. So, lange Rede, saukürzer Sinn, wir machen hier die Artefakte stehen, wir haben uns da schön gemütlich locker rumquatschen, äh, klatschen und mal schön Assassin's Creed auspacken. Ich sehe da unten auf jeden Fall einen Heuhaufen. Dogi, da wollte ich sagen, springe ich mal als erstes rein. Ja. Und ab geht er, der Beder. So, ich bin schon mal unten. Ich folge dir. Folge mir. So, Moment. Jetzt gucken wir uns das mal an hier. So, Landung war mal ganz okay. Jetzt haben wir hier, ähm, wir liegen zu zweit hier im Heuhaufen. Ich hoffe, du lässt die Hände bei dir. Ich sehe ein paar Gegner hier. Ja. Ich auch. Wie hast du es geplant? Der eine lehnt dort gemütlich an, einer zwischen. Jetzt ist eigentlich eine schöne Situation. Ja, man könnte die zwei da hinten, die könnte ich rausnehmen, wenn die wieder so da stehen. Obwohl der eine, äh, naja, es ist, es ist schwierig. Auf jeden Fall müssen wir aus dem Holzwagen, äh, nicht aus dem Holzwagen, sondern aus dem, äh, Stroh. Ich hab ne Idee. An rechts raus. Also du gehst rechts raus, ich geh auf jeden Fall mal links raus, also, äh, und versteck mich hier in dem Grab. Okay. Und zwar, jetzt, ich hatte, ich hatte, ich hatte, ich hatte, ja, das war natürlich nicht gut. Denk mich mal. Könnte ich natürlich... Ach komm, war das eine Scheiße. Ja, ja, jetzt, das ist so wie, ah, okay, dann musst du kurz klopfen. Freunde, das war, war mein Fehler. Oh, ich seh nur noch weiß. Was ist los, Kollegen? Mein Gott, war das schwach wieder von mir. Ich könnt, ich könnt mich jetzt selber zusammenbeißen. Ich mein, so kann man es natürlich auch machen, klar, aber eigentlich wollte man es ja in schön machen, das Ganze mal. Jetzt so, dafür kriegst du noch ein paar. Fertig. Hier zuckt noch einer, den würdest du mal bitte vor mir rausnehmen, weil der, der zappelt ein bisschen komisch. Oh, jetzt schnappt er noch, macht er halt noch ein bisschen Schnappatmung. Äh, Dogi, wo bist du? Hier. Ich steh neben dir. Ja, Gott sei Dank, ich hab schon gedacht, du hast dich wieder verabschiedet. Glück gehabt. So. War nicht schön, oder? War das jetzt ein toller Beginn? Nö, aber ich muss sagen, dich haben sie ja auch erwischt. Dich haben sie ja auch erwischt, ne? Also du warst ja auch nicht gerade derjenige, der gesagt hat, ich gebe mich nicht zu erkennen. Grüß dich. Ich lass mal's atmen. Oh, da ist noch einer dahinter der Mauer, aber gut, der interessiert uns jetzt nicht. Der ist aber, glaube ich, unter uns. Die Belohnung ist auf jeden Fall schon mal bei uns ein bisschen runtergegangen. Das sieht man hier links über der Minikart. Sieht man praktisch, was am Ende noch übrig bleibt. Im Moment ist es nicht mehr viel. Deswegen muss man ein bisschen plündern. Jetzt müssen wir auf jeden Fall runter, Doga. Hier ist nur einer, den lassen wir einfach stehen, oder? Läuft einer? Warte, warte, der kommt wieder zurück. Okay, er hat mich gesehen, aber nur die Soilette. Geh mal aus dem Weg hier, dann kann ich mich hier in Deckung stellen. Achso, und ich? Du gehst auf die andere Seite rüber, oder? Warte, aber der guckt noch her. Jetzt ist er ja weg. Nee, er guckt immer noch in die Richtung. Hier oben stehen auch noch zwei rum. Also, warum sind wir so schwach, sag ich mal? Was ist denn da los? Wie ein Schwachstum? Kannst du um die Ecke und ihn töten? Kann ich. Du möchtest. Hab ich. Okay. So, du kannst gerne kommen, der Weg ist frei. Geblünder? Ja, genau. Ne, mach du. Nee, komm. Ich hab gerade einen gekauft. Komm. Du brauchst das Geld. Du bist schon alt. So, jetzt aber... Für die dritten Zähne, oder was? Jetzt möchte ich aber mal wieder ein bisschen mehr Tick-Tack. War das hier eine Sackgasse hier, oder was? Nee, hier geht's weiter. Alles klar. Mach mal Adlerorgan. Und? Ja, warum nicht? Ach, du kannst das gar nicht? Achso, ich? Ja. Für dich? Nee. Das ist schlecht. Dann mach ich das wieder an. Das seh ich hier nicht. Im Moment seh ich hier nichts. Da können wir eigentlich gemütlich durchspazieren. Doch, hier ist was. Rechts ist einer. Ja, jetzt steigen wir uns mal ein bisschen besser rein. Ja? So. Ich hab das mal an der Kamera für dich. Das sah schön aus. Ja? Wie so ein kleiner Schatten. So. Hier haben wir aber... Sind die über uns, die zwei hier? Anscheinend, oder? Ja, sie sind schon oben. Alles klar. Gut. Hey, Moment. Wir müssen uns den Weg nach unten finden. Sieht die Wohnung noch ganz gut aus. Ich lass noch mal das Adlerauge hier. Die sind unter uns. Über uns sind zwei. Aber wir müssen... Ja, wo müssen wir hin? Nach links? Nach links oder nach rechts? Rechts ist auf jeden Fall eine Alarmglocke. Da ist eine... Ja, gehen wir mal links, oder was? Das ist, glaube ich, der Ausgang. Irgendwie noch runter, oder? Wie, was? Da kommt die... Nee, wir müssen rechts. Du hast recht. Wir müssen ja erst mal das Zeug stehlen. Hallo. Wo bin ich denn zu Hause? Sag dir mal. Hier geht's nicht weiter. Hier... Rechts ist einer. Warte. Schau ich mir an. Ja, der sieht gut aus. Das ist genau das Richtige für mich. Aber links sind auch welche. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Also hier steht einer. Links steht keine. Das heißt... Hier steht keiner? Nee, ich geh jetzt ganz glücklich hin. Guten Tag. Mein Name ist Kingston. Kommt aber einer von rechts. Das ist... Nee, der ist unter uns. Ja, der ist... Aber der kommt hier gleich unten raus. Du machst mich ein bisschen... Kannst du... Ja, da unten. Warte, 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 warte. Die höhlen sich nicht. Also... Weg, weg, weg. Die hat er wieder gesehen. Oder? Wo ist der Verdammt noch mal nur hin? Das Problem ist... Könnte rüberlaufen und dann können wir sie beide mit einem Sprung erledigen. Naja, es sind aber drei Mann, wie du weißt, ne? So, dann schmeiße ich eine Bombe und du erledigst sie. Ja, dann komm, schmeiß mal eine Bombe runter. Komm, mach er. Das geht los. Das geht los. Das ist nicht los. Hast du den anderen auch erledigt? Ein, ja. Oh, da war doch einer. Unbemerkt bleiben. Das haben wir gut gemacht. Ja, wir sind... Uns nennt man ja auch den Schatten. Ja. Also, es ist zumindest nicht runtergegangen, der Fall. Für die Ballonen. Findest du? Okay. Ist nicht runtergegangen. Okay, dann haben wir Glück gehabt. Alles klar. Das heißt, wir haben das Ding gestohlen. Und wahrscheinlich... Warte mal, hier ist noch ein bisschen Alarm. Warte mal, der muss halt mal ganz kurz... Warum zappelt denn der noch? So, jetzt ist Ruhe hier. So, klünder mal. Komm, wir gucken mal. Ich bin jetzt ein bisschen gespannt, was es da an Cash gibt. Weil diese... Wie sagt man dazu? Ja, Rush Run-Missionen hier, die geben durchaus richtig gut Kohle. Wenn du mal deinen Pupsen wegsch... Was ist denn? Geht's vor Leben oder was? Da hinten ist einer. Da ist doch keiner. In der Tür. Nee. Doch. Du hast natürlich wieder mal recht. Aber... Wie der uns? Dann zerschieße ich ihn. Ja, das Problem ist folgendes. Ich würde die Tür hier aufmachen. In Notfall zerschieße ich ihn. Ich kann jetzt nicht erkennen, ob da noch... Ne. Warte mal. Pass auf, mach ich. Ich will das für die Zuschauer bieten. Da steht noch einer, ja. Pass auf. Pass auf, Kollegen. Ach ja. So. Ist der jetzt tot? Ja. Wenn man den Kopf trifft, ist er weg. Ich könnte hier das Schloss knacken. Das kannst du auch, sehe ich gerade. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Oh. Glückwunsch, sie haben den Rang Vollstrecke erreicht. Das bin ich. Oh. Man nennt mich den Kingson der Vollstrecke. Der muss gleich an den Schießen. Jetzt. Der kann ich nicht, Kollege. Der kann ich schon. Oh, das muss ja nachladen, oder was? Guck, guck. Oh, Mann, Mann, Mann. Was ist denn das? So. Kopfschuss. 100 Credo-Punkte. Ähm. Ideal war es nicht. Rechts. War keiner? Was, was, was? Oder ist der über uns? Der ist über uns. Dogi, der ist über uns. Kannst du... Du kannst Luft holen. Ich hole mal hier erst mal ein bisschen Plünderzeug. Eine schöne Schokolade war dabei. Jetzt zur Weihnachtszeit, wenn der Kalender gefüllt werden muss. Ne, wir müssen hier hochklettern. Schau mal. Ja, genau. Hat er drauf. Na, hier löscht er auch um. So, hier müssen wir... Hier sollten wir ein bisschen aufpassen. Hier könnte es durchaus sein. Ne, ist aber auch nicht der Fall. Okay, weil ich von hier kam er, glaube ich. Hier ist ein Schloss. Äh, ein... Ein Ausgang. Oh, aber das sind welche. Ich habe leider keine... Ich habe keine... Keine Berserker-Klingen mehr. Ich kann mal gucken, ob ich noch irgendwas... Eine Rauchbombe. Ne, ich habe nichts mehr da. Lords, ich habe nichts mehr da. Jetzt muss es schnell gehen. Eine Rauchbombe werfen. Und durchsprinten. Und den ersten da... Oder mal gucken. Obwohl, wenn er sich gerade rumdreht... Du brauchst aber lange für die Tür. Ich gehe mal auf die linke Seite. Das sieht er mich nicht. Abpunkt. Naja, ich bin in Deckung. Wenn ich in Deckung bin, passiert gar nichts. Du rechts, ich links. Na, warte mal. Vielleicht wissen wir ja gar nicht. Jetzt mach mal ruhig. Links steht einer. Und rechts. Willst du den rechten nehmen? Ja, der ist ja jetzt ganz weit weg. Na gut, dann nehmen wir den linken hier. Konnte man die nicht früher mal... Jetzt gehen wir wieder beiseite. Weil jetzt kommen die ersten wieder. Du stehst dich natürlich... Du musst ein bisschen aufpassen jetzt. Weil da oben sind wir mit Schützen. Ja, genau gegenüber. Hast du dich gesehen, den Schützen? Noch nicht. Er ist aus meinem Blickfeld. Der ist nämlich genau gegenüber. So, wo ist denn der Kollege, der nach rechts gelaufen ist? Aus dem Blickfeld gelaufen. Okay. Soll ich das Adlerauge für dich nochmal anmachen, damit du es siehst? Da oben ist nämlich ein Schütze. Da oben. Jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Er sieht ja in den Tüten. Ja, er sieht ihn liegen. Du musst nur aufpassen, wenn du deine Nase raushältst, dass da einer... Komm nicht weiter weg. Ja, wir hatten doch früher immer so Kirschkerne hier zum Schmeißen. Soll ich? Ich mache mal. Ich glaube, er werde ich hier verfeuern. So, jetzt komm. Das muss ihn doch anlocken, oder? Eigentlich schon. Jetzt komm da. Ja, komm, komm. Noch ein Stück. Baut sich noch nicht. Komm. Komm ran jetzt. Ich habe hier sich erschreckt. Komm hier. Moment. Ja, ja, ja. Geh zu. Mensch, du Pfeife. Komm halt her. Huhu. Er schritt kurz, ne? Aber so richtig traut er sich nicht. Warum hat er Angst eigentlich? Was ist los? Jetzt. Ja, 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 ja. Jetzt darf ich nicht erschrecken. Jetzt ist er ein bisschen irritiert. Jetzt kommt er. Hervorragend. Komm. Ja, ja, ja. Mach ihn. Mach ihn platt. Oh, gab wieder... Gab Abzug in der Belohnung, Freunde. Ich habe es kurz rot aufblinken sehen. Warum? Das Problem ist, ich war in Deckung. Der hat nur ganz kurz rot aufgeblitzt, sodass ich ein... Und da war er, ist er in deine Seite gegangen. Wir hätten noch ein bisschen laufen. Wir hätten nicht aus unserer Verdeckung... Äh, Verdeckung. Ja. Aus unserem Versteck rausklungen müssen. So, jetzt ist es natürlich so, Freunde. Jetzt haben wir hier oben... ...nochmal zwei Schützen. Dachte ich. Da oben, der hat schon Alarm gehabt. Ja. Jetzt müssen wir mal hier schauen, ist er hier links frei? Oh, es sind nur noch einer. Er guckt aber auch in die andere Richtung. Ja, und immer wenn wir uns sehen, äh, nimmt er uns gerne mal einen raus. Oh, gegenüber von uns ist einer. Ja, ja. Das sind sogar zwei, Doga. Über? Zwei mit dem Gewehr. Ist das hier der richtige Ausgang für uns? Wir sind das letzte Mal da raus. Ja, klar. Wir können jetzt... Wir können natürlich denselben Weg wieder zurück. Wir können hier ums Eck laufen und dann sind wir hier draußen. Das ist schon klar. Aber wir wollten ja eigentlich, äh, die Belohnung nicht groß weiter schmiedern. Links kommt einer. Ja, dann nimmst du gleich mal raus. Der kommt direkt in die Arme. Ja, bleibt stehen. Wenn er sich umdreht, ist er dran. Soll ich nochmal ne... Ja, der ist ja wieder erschrocken. Ja, verdammt. Das ist jetzt. Jetzt kommt er. Ja. Komm, du darfst auch mal einen rausnehmen. Jetzt. Ja, du stehst mir im Weg. Nö, 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 du... Hallo. Oh, Mann, Mann, Mann. Das mach so. Ja. Nicht groß rumeiern, sondern einfach die Klingenspiele. Der Hintern war zu groß. Ja, 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 der Hintern war zu groß. Äh, der Doga, muss ich schon sagen, der hat immer ne kleine Ausrede. Jetzt lasst uns doch mal hier verschwinden. Wir müssen doch mal jetzt ordentlich hier rausmarschieren. Und zwar... Von hier ist... Oh, da oben ist blau. Blaue Miliz ist nicht gut. Irgendwie sind wir da gekommen. Ne, das gefällt mir nicht. Die blaue Miliz ist scheiße. Und wo sind wir denn gekommen? Das weiß ich jetzt auch nicht. Dogi. Du stellst mich wieder, äh, hier fragen. Äh, können wir hier irgendwo raus? Kommst du zu mir? Ja, kann ich gerne machen. Wir gehen jetzt da raus, wo wir waren. Komm. Ja. Ja. Ne, komm mal zu mir. Da mach ich. Wenn ich... Ups, da. Du hast dich aber ganz schön erinnert von der Gruppe. Aber das macht er gern. Ich wollte schon vorher mal gucken. Hier sind wir nämlich reingekommen. Durch die Mauer, oder was? Nein. Ja, da geht's rum. Oh, da muss man jetzt aber aufpassen. Ihr könnt noch einmal... Der ein oder andere ist sich dazu gesehen. Warte mal, ich mach mal hier wieder... Ist, 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 ist Euklein an? Der eine lehnt dort, der andere sieht uns nicht. Und normalerweise, wenn wir jetzt nach links laufen, sehen uns beide nicht. Genau. Und da sind wir ja auch gekommen. Komm, dann schwingt die Hufe hier. Hier ist ein paar Dixi-Klos. Genau. Rein in die Dixis. Ne, sind sie nicht. Ach, scheiß Ding. Ich bin schnell nach oben. Ja, dann schnell nach oben. Komm. Jawoll, Freunde. Ich wollte sagen, das sieht gut aus. Ich bin mal gespannt, wie viel Cash es jetzt hier gibt. Wenn ich hier... Jawoll, aber ja. Haben wir gemacht, oder? Wo bist du denn? Ja. Was? Oh, das sieht aber ganz schwach aus hier. 330. Beim letzten Mal haben wir doch hier ein bisschen was über 1.000 rausgenommen. Haben wir? Belohnung 250 und 330. Oder zusammen, oder wie, oder was? Was soll das? Vielleicht ist es eine Einfrau. Ja, gut, aber ich sag mal so. Ähm... Was haben wir jetzt kassiert? Mensch, da stand 232 und 300... Ne, 250. Und 403, ja. 403 bei dir? Bei mir waren es 300... Siehst du, ich habe schon ein bisschen weniger kassiert. Wahrscheinlich wurde ich öfters gesehen. Weil an sich gefallen mir solche Missionen, die sind ganz cool. Äh, nur ich muss da ehrlich sagen, wenn ich... Oh, Verbindung fehlgeschlagen. Sie sind nicht bei Jubilee angemeldet. Das seht ihr jetzt auch mal, Leute. Wieso ist das? Ähm... Also Maximum hätten wir 500. Ah, das war das Maximum. Ja, ja, ja. Wir haben es abgeschlossen auf jeden Fall. Ja, gut. Ähm... Schwierigkeitsstufe 2 war das. Ja, das macht ja nichts, aber... Ja, okay. Okay, Freunde. Trotzdem. Ich sag mal, es war... Es war ein bisschen ein kurzes Intermezzo. Aber... Das müssen wir nochmal machen, weil irgendwie... Mir gefällt es. Das ist ganz gut. Aber es gibt natürlich ein bisschen weniger Kohle. Muss man auch dazu sagen, ne? Mhm. Okay, Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es wieder heißt, hoffentlich hält die Verbindung. Bis dahin, bleibt schön sauber. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.